Justin Timberlake und Jessica? Justin Timberlake und Jessica? Wegen TV-Rolle fast Scheidung? Mit diesen Worten sorgte Jessica Biel, 35, wirklich für Stian Runzen. Bei den Golden Globes wirkten sie und Ehemann Justin Timberlake, 36, wie der Inbegriff eines glücklichen Ehbares. Doch im Interview mit Renzea Christ, 43, für E. Neves schien plötzlich auf eine Beziehungskrise hinzuweisen, er hat unsere Familie zusammengehalten. Ohne dich, wäre ich wahrscheinlich geschieden, traurig und erbärmlich. Einfach nur eine unglückliche Wortwahl? Überspielte den angespannten Moment, indem er seine Liebste, die für ihre TV-Rolle in The Sinners für einen Award nominiert war, überschwänglich lobte, ich bin so stolz auf sie und wie viel Arbeit sie letzten Sommer da hineingesteckt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017